Ja, jetzt sind wir hier oben, in Ostrau, Ortsteil von Bad Schandau. Bad Schandau, oh, ich werde permanent korrigiert, permanent mit zwei D. Ja, wir haben natürlich nicht den historischen Aufzug genommen, in den man irgendwie mit einem kleinen Obolus hochkommen kann. Wir sind den Fußweg gelaufen. Judi? Mit Beleuchtung. Fußweg mit Beleuchtung, ja, ja, ja. Ja, Judi hat ja auch gestern Abend noch beleuchtete Wege im Wald gesucht. Also ich habe zwar die Taschenlampe mitgenommen, aber okay, wir gehen den beleuchteten Weg, wobei es wir jetzt eigentlich hell haben. Aus dem Auto sind wir ausgestiegen in Bad Schandau, ich habe es mir gemerkt, ich habe mich konzentriert, ja. 50 Meter weiter hat Judi ihr Navi rausgeholt. Zum Glück trafen wir eine nette, nette Dame, die uns hierher geführt hat. Und natürlich nur verbal. Bis später.